Die Hund, Katze, Maus, Prinzessin. Entschuldigung, komm ich hier zum Hospiz? Immer deiner ganz besonders hübschen Nase nach. Danke. Ich soll also Jura studieren. Ich werde auf die Harvard Law School gehen und meine eigene Kanzlei haben. Was ist denn passiert? Herma ist gestorben. Herma hat so mit Elisabeth in Kopf hinweg entschieden. Er will sie ihm Familienkrab beisetzen lassen. Angeblich wegen der Tradition. Ich sage aus Kostengründen. Das ist doch Familiensache. Kannst du dich doch nicht einmischen. Ich muss es wenigstens versuchen. Was bin ich hier schuldig? Warum ist mir letzter Mensch deine Lebensaufgabe? Wie ist es hier um sie oder um dich? Es geht ja um alles, was man am Ende noch hat. So, dann. Es gibt noch andere Gesetze als die auf dem Papier. Luca, was soll das? Papa, ich kann es erklären. Gut. Später. Jetzt ist es gerade ungünstig. Das fühlt sich richtig gut an. Ich mache, was ich für richtig halte. Ich mache, was ich für richtig halte.